Hallo Deutschland, schön, dass Sie dabei sind. Die 17-jährige Vanessa ist mit einem Mofa unterwegs, als plötzlich ein Auto von der Gegenspur auf sie zurast und frontal mit ihr kollidiert. Das Mädchen hat keine Chance. Heute ist der Autofahrer verurteilt worden. In nur einer Woche sind in Düren zwei Handyshops ausgeraubt worden. Die Täter kommen mit Fahrrädern, räumen blitzschnell die Läden aus und flüchten wieder auf ihren Rädern. Jetzt sucht die Polizei nach den Verbrechern, denn es gibt Bilder der Überwachungskamera. Stellen Sie sich vor, Sie gehen im Supermarkt einkaufen, kommen zurück und haben ein fettes Knöllchen am Auto. Oder Ihr Auto ist sogar weg, obwohl Sie ganz legal auf dem offiziellen Supermarktparkplatz geparkt haben. Was passiert eigentlich so alles mit Steuergeldern? Das hier zum Beispiel. Ein neuer Zebrastreifen an einem Kreisel in Niedersachsen. Aber der Zebrastreifen führt zu langen Staus. Also soll er doch bitte nicht mehr benutzt werden. Und dass man den Zebrastreifen tatsächlich nicht mehr benutzen kann, dafür wurde dann gesorgt. Mit einem eigens erbauten Zaun. Fast 30 Jahre sind diese zwei Doppelmorde her und noch immer nicht vollständig geklärt. Ende der 80er werden im Naturgebiet Görde zwei ermordete Paare entdeckt. Schnell gerät damals Friedhofsgärtner Kurt Werner Wichmann unter Verdacht. Und jetzt hat ein DNA-Test den Verdacht erhärtet. Aber es ist unwahrscheinlich, dass er die Taten alleine begangen hat. Rares für Bares gab es jetzt in Saarbrücken. Das heißt, Fundsachen, die im Ordnungsamt lang genug rumlagen und offenbar von niemandem vermisst wurden, sind jetzt versteigert worden. Und wer da mitsteigert, der hat die Chance auf echte Schnäppchen. Auch das hier hat sich gelohnt. Wolfgang Hielsche hat sich ein ziemlich ungewöhnliches Zuhause gekauft. Das Gebäude war früher mal lebensnotwendig für die ganze Stadt. Aber jetzt wohnt er in dem denkmalgeschützten Bau, der fast 30 Meter hoch ist. Demnach muss er viele Treppen steigen. Und sportlich bleibt er mit all den Treppen. Topfit steht jetzt auch Florian Weiß bereit. Mit im Leute-Heute-Studio. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten um 10 nach 5. Hallo Deutschland. Tschüss, einen schönen Abend.